Teil 7 Penny starrte auf ihr Sysbook. Es war tot. Es ließ sich nicht einmal mehr einschalten. Das konnte nicht wahr sein, nicht nach alledem, was sie durchgemacht hatten, dass dieses Gerät plötzlich in diesem Moment ausfiel. In den nächsten Stunden nahm sie das Gerät auseinander. Nichts schien durchgebrannt oder kaputt zu sein. Obwohl sie sich innerlich eingestand, dass der Absturz offenbar eine direkte Folge des Zugriffs auf geheime Daten war, schloss sie dies eigentlich aus zwei Gründen aus. Erstens waren die Dateien zum Cassandra-Projekt 50 Jahre alt. Und zweitens hatte sie noch nie von einer Möglichkeit gehört, ein System aus der Ferne einfach so auszuschalten, zumindest nicht ohne eine Art Vorwarnung. Nach und nach machte sich ihre Frustration bemerkbar. Lieutenant Penelope Ayala, sagte plötzlich eine Stimme aus dem Türrahmen. Dort standen drei Militärpolizisten. Die Piratencrew des Schiffes schlief. Nessa sollte eigentlich fliegen, aber seinen Schnarchgeräuschen nachzuurteilen, hatte ihn nach einem ordentlichen Drink der Schlaf übermannt. Die Crew hatte, bevor sie sich hingelegt hatten, Cal Mason mit Handschellen an die Wand zwischen Cockpit und Andockschleuse gefesselt. Er sah sich um und begann sich einzuprägen, wo Werkzeuge aufbewahrt wurden, achtete auf alles, was nützlich sein könnte, wenn die Situation plötzlich brenzlig werden sollte. Im Moment hielt er nach allem Ausschau, was als Dietrich dienen konnte. Ein Piepen riss Cal aus seiner Suche. Nessa schnarchte weiter. Schließlich hörte Cal, wie sich die Tür, die zum Frachtraum und zu den Quartieren führte, öffnete. Sascha ging an ihm vorbei zum Steuerstand und schaltete den Alarm aus. Trunk folgte ihm. Schaff ihn hier raus, sagte Sascha kalt. Trunk riss Nessa aus seinem Pilotensitz und Sascha nahm seinen Platz ein. Wer ist zum Teufel, Mann? Nessa lallte, bevor Trunk ihn neben Kerl auf den Boden warf. Trunk stellte einen Fuß auf Nessas Brust und sagte, Nein, wir landen, zahlen wir dich aus und du bist weg. Verstanden? Nessa nickte ergeben. Dann sahen Sascha und Trunk zu Kerl. Plötzlich löste Trunk Kells Handschellen, während Sascha eine Pistole aus ihrem Spind kramte und sie durchlud. Sie zog Kerl in den hinteren Teil des Schiffes, wo die Fracht gelagert wurde. Er sah die Umrisse der P52, die im Boden zwischen den Stapeln der Fracht verstaut war. Kerl hatte eine kleinere Variante des Kurzstreckenjägers geflogen, als er noch zu Hause war. Hier ergab sich vielleicht eine Fluchtmöglichkeit. Kerl erhaschte einen flüchtigen Blick auf Mahoney, den Schiffsmechaniker, der von den Schlafräumen aus zusah, was nun geschah. Sascha blieb neben einem Stapel Kisten stehen. Sie öffnete ein verstecktes Paneel und tippte einen Code ein. Eine Tür sprang zischend auf. Alle separaten Frachtkisten waren in Wirklichkeit ein großer, leerer Schmuggelcontainer. Sascha deutete mit der Pistole nach innen. Kerl blickte hinein, bevor er widerwillig hineintrat. Sascha folgte ihm und Trunk versiegelte das Versteck wieder. Der Container war kürzlich zum Schmuggeln von Menschen benutzt worden. Es gab einen Hocker und einen leeren Eimer, der übel roch. »Setz dich!«, befahl Sascha schroff. Kerl kippte den Eimer mit dem Fuß um und setzte sich. Sascha setzte sich ihm gegenüber, die Pistole auf ihn gerichtet. »Brauchte ich deine Crew nicht?«, fragte Kerl, während er sich setzte. »Ich denke, sie kommen schon zurecht. Außerdem, wenn der Zoll mich bei einem Skin erwischt...« Sascha seufzte kurz. »Sagen wir einfach, es könnte problematisch werden.« »Vielleicht passt Ihnen dein krimineller Lebensstil nicht.« »Oh nein, er passt gut zu mir. Außerdem werden Sie in ein oder zwei Monaten sowieso wieder alles vergessen haben. Das tun Sie immer.« »Komm schon, immer über die eigene Schulter schauen, nicht zu wissen, wem man vertrauen kann, das ist doch keine Art zu leben.« »Genau. Nach den Launen der UII-Oberen zu leben und zu sterben, ist der bessere Weg, hm?« »Es ist ein ehrliches Leben,« erwiderte Kerl ohne zu zögern. Sascha starrte ihn eine Sekunde lang an, bevor sie leise kicherte. »Ich war ein Opfer der UII-Bomben auf Cathcart. Du kannst es ja ein ehrliches Leben nennen. Ich nicht.« An der Grenze zum Bennu-Protektorat hat er sich ein Stau gebildet. Der UII-Zoll führte bei jedem Schiff einen gründlichen Check durch, bevor er Zugang zum Jumppoint gewährte. Automatische Geschütztürme und Drohnen scannten jeden Zentimeter der Strecke zwischen dem Kontrollpunkt und dem Sprungpunkt. Die Schiffe bewegten sich langsam vorwärts. Die Phönix driftete ebenfalls langsam auf den Sprungpunkt zu. Trunk saß an den Kontrollen. Endlich waren sie an der Reihe. Ein Zollbeamter erschien über die Comms. Trunk lud die Tags hoch. Der Rumpf des Schiffes summte, als die Scanner darüber fuhren. Im Container starrten sich Cal und Sascha gegenseitig an. Sie sahen beide auf, als sie die Scanner hörten. »Hör zu. Sobald wir hier durch sind, werden wir eine Entscheidung treffen, was mit dir geschehen soll. Die Mehrheit tendiert zur Luftschleuse.« »Ich verstehe.« »Aber du hast die Wahl.« Sie zögerte einen Moment. »Mit uns zu kommen.« »Was?« »Du hast Nessa gesehen. Er ist am Ende. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen.« Ihre smaragdgrünen Augen leuchteten fast, trotz des gedämpften Lichts. »Ohne Regeln und Befehle ist das Leben wild, unberechenbar, leidenschaftlich und, wer weiß, vielleicht gefällt es dir ja sogar. Wenn nicht, verdiene dir ein paar Monate lang deinen Unterhalt und du kannst zurückgehen. Du willst, dass ich meine Freunde, mein Schiff und meine Pflicht verrate, um auf so erbärmliche Weise mein eigenes Leben zu retten? Wenn es dich vor der Luftschleuse bewahrt, sicher.« Sascha zuckte mit den Schultern und grinste. »Es ist ja nicht so, dass Sie es je erfahren müssten. Ich würde es wissen.« Kerl sah ihr in die Augen. Jede Andeutung, dass er diesen Vorschlag vielleicht einen Moment in Erwägung gezogen hatte, war verschwunden. »Und das ist genug.« Der Scan-Vorgang stoppte. Sie hörten, wie die Triebwerke ansprangen. Es folgte das vertraute Ruckeln im Magen, als sie den Sprungpunkt passierten. Wenige Minuten später zischte die Tür und öffnete sich. Sascha schob sich an Trunk vorbei. Dieser zog Kerl auf die Beine und brachte ihn zurück in den Frachtraum. Sascha verstaute ihre Pistole wieder in ihrer Koje. Trunk hielt Kerl fest und blickte zu ihr. »Wie lautet das Urteil?«, fragte er. Sascha war einen oder zwei Momente lang still. Dann sah sie zu Kerl. Und er starrte trotzig zurück. »Tötet ihn.« Teil 8 Penny wartete in der kalten Arrestzelle. Mehr als sechs Stunden waren vergangen, seit sie der Wärter hineingeworfen hatte. Das Schloss an der Tür quietschte, bevor es sich öffnete. Ein Beamter trat ein und Penny schreckte auf. Sie konnte zwischen den Medaillen an der Brust keine Einheits- oder Divisionsbezeichnung erkennen. Auf seinem Schild stand lediglich sein Name. Darrow. Er würdigte sie keines Blickes, denn seine Aufmerksamkeit galt etwas, das auf seinem Mobi-Glas scrollte. Darrow ließ sich in einen Sitz gleiten. Penny setzte sich ebenfalls. Nach ein paar weiteren Augenblicken hob er seine kristallblauen Augen, um sie anzuschauen. Sie stecken ganz schön in der Klemme, Lieutenant. Ich bitte, um erlaubnisfrei sprechen zu dürfen, Sir. Sicher. Zunächst einmal, was zum Teufel haben sie mit meinem Sysbook gemacht? Sie haben keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, um das Ding zusammenzubauen. Also sollte es besser wieder funktionieren, wenn ich hier rauskomme. Zweitens wurde das Cassandra-Projekt vor etwa 60 Jahren stillgelegt. Also warum verschwenden sie ihre Zeit damit, mich über eine alte Geschichte auszufragen, anstatt sich zu fragen, warum ein Vandulangriff so sehr daran interessiert war, veraltete Technologie zu erhalten. Darrow schnappte gekünstelt nach Luft. Cal Mason befand sich ebenfalls in einer mieslichen Lage. Mit Handschellen im Frachtraum der Phönix gefesselt war gerade sein Todesurteil gesprochen worden. Du hättest mein Angebot annehmen sollen, Mason, sagte Sascha kalt und ging zurück zum Pilotensessel. Nessa schaute zwischen Sascha und Trunk hin und her. Offensichtlich fühlte er sich ein wenig unwohl bei dem anstehenden, kaltblütigen Mord. Ich habe kein Problem damit, Leute wie dich ins Leere zu werfen, zischte Trunk. Er schob Cal in Richtung der Luftschleuse. Cal erspähte aus dem Augenwinkel etwas in einem Werkzeugkasten an der Steuerbordwand, das vielversprechend aussah. Jetzt musste er nur noch dorthin. Darauf wette ich. Er erspart dir die Peinlichkeit, in einem fairen Kampf zu verlieren. Was? Trunk gluckste. Cal drehte sich um und stellte sich direkt vor Trunks Gesicht. Klar. Ich habe gehört, die einzigen Überlebenden auf Cathcart waren diejenigen, die sich wie Feiglinge versteckt haben. Er sagte es mit möglichst großer Überzeugung in der Stimme, obwohl er insgeheim dachte, dass er damit wohl ein bisschen zu weit ging. Anscheinend tat Trunk das auch. Er stieß Cal hart in den Magen. Cal stolperte zurück und knallte gegen die Steuerbordwand. Seine Finger fanden dabei, was sie suchten. Weißt du, ich glaube, die Luftschleuse ist noch ein bisschen zu gut für dich. Trunk näherte sich Cal. Seine Hand griff nach Cal's Kehle und drückte ihn gegen die Wand. Seine andere Hand zog eine Klinge. Nessa sprang aus seiner Koje, angelockt durch den Lärm. Cal ließ in diesem Moment eine Handschelle um Trunks Handgelenk einschnappen. Und Trunks Augen wurden groß. Er versuchte Cal mit dem Messer zu erwischen, doch es war unbeholfen und übereilt. Cal wich dem Angriff aus und schleuderte Trunk gegen die Wand des Schiffes. Das Messer klapperte auf das Deck. Sascha sprang aus dem Pilotensessel, eine Waffe in der Hand. Sie näherte sich Cal in dem Moment, in dem er das Messer an Trunks Kehle ansetzte. Sie erstarrte und es folgten ein paar Momente in absoluter Stille. Was denkst du, was du da tust, Mason? Cal warf einen Blick auf Nessa, der sich seine Waffe geschnappt hatte. Ganz einfach. Ich lehne den Rauswurf aus eurer Luftschleuse ab. Cal blickte auf die beiden Pistolen, die auf ihn gerichtet waren. Überleg es dir gut. Wenn du ihn tötest, stirbst du eine Sekunde später. Sascha warf einen Blick auf Nessa. Cal trat gegen das Bedienfeld auf dem Boden. Das Gehäuse für die P-52 glitt auf. Trunk hustete und wehrte sich, aber das Messer an seinem Hals machte ihn kampfunfähig. Das Cockpit der P-52 öffnete sich. In dem Ding hast du keine Chance. Ich liebe Herausforderungen. Cal grinste. Er bewegte sich neben das Cockpit und drückte den Knopf, damit sich das Gehäuse wieder zu schließen begann. Er lehnte sich zu Trunk. Es tut mir leid wegen der Sache mit Cathcart. Ich fand diese Kampagne schändlich. Cal stieß Trunk kräftig Richtung Sascha, wodurch ein Moment der Verwirrung entstand und ließ sich eine Sekunde, bevor das Cockpit des kleinen Schiffes wieder geschlossen war, hineinfallen. Augenblicklich fuhr er die Systeme hoch. Sascha rannte unterdessen zurück zum Cockpit, um alle Außentüren zu verriegeln. Aber es war zu spät. Die P-52 hatte schon abgekoppelt. Sascha sprang zurück in den Pilotensitz und brachte die Phönix in Angriffsposition. Trunk stolperte hinter ihr her und rieb sich die Handgelenke. Kletter in den Geschützturm! Schrie sie. Cal nahm sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Er befand sich im Bennu-Territorium, etwa eine halbe Stunde entfernt vom Verkehrsfluss, der auf den Sprungpunkt zusteuerte. Seine Bildschirme leuchteten auf, als die Phönix eine Reihe von Raketen abfeuerte. Cal gab Vollgas. Er leitete Energie von den Waffen auf die Triebwerke um, um seine Geschwindigkeit auf das Maximum zu erhöhen. Sie hatte Recht mit der P-52. Sie besaß nicht die Feuerkraft, um die Phönix auch nur anzukratzen. Dafür aber war sie sehr wendig. Cal wich den anfliegenden Raketen aus. Die Raketen wichen ihrerseits aus, wenn er auf sie feuerte. Der Geschützturm der Phönix entlud unterdessen ein regelrechtes Feuerwerk auf Cal. Der schlängelte durch die Schüsse und wendete schließlich direkt auf die Phönix zu. Die Raketen rasten hinter ihm her. Sascha wusste, was er vorhatte, ging in den Sinkflug und schaltete die Triebwerke ab. Die Raketen blieben so auf Cal gerichtet. Trunk behagte ihn weiter mit dem Geschützturm. Ein Schuss durchschlug eine Rakete. Cal kalibrierte fieberhaft den Pilotenassistenten neu. Zu viele Funktionen waren auf Auto gestellt. Er brauchte die Steuerung, um das kleine Schiff eigenhändig manövrieren zu können. Die Phönix tauchte wieder hinter ihm auf. Die Triebwerke der P-52 rissen das kleine Schiff mit ihrer zusätzlichen Leistung vorwärts. Die Phönix feuerte eine weitere Salve ab. Lasergeschosse schossen an Cal vorbei. Er konzentrierte alle Schilder aufs Heck und wich eins ums andere Mal aus, um seinerseits die Raketen in die Schusslinie zu bekommen. Ein Neutronenschuss streifte eine weitere Rakete, die vom Kurs abkam und dann explodierte. Nach und nach verschaffte sich Cal etwas Abstand zur Phönix. An Bord der Phönix verlor Sascha die Geduld. Die P-52 erwies sich als fast unmöglich zu treffen. Auch die automatische Zielerfassung versagte. Er wird bald im Verkehr vor dem Sprungpunkt untertauchen, brüllte Trunk über Funk. Das spielt keine Rolle. Er hat keinen Sprung an Trieb und er wird in zehn Minuten keinen Treibstoff mehr haben, schrie Sascha zurück und leitete die Energie des Schiffes um, um den Triebwerken der Phönix zusätzlichen Schub zu geben. Wir haben Besuch. Sascha blickte hinüber. Banu Militär kreiste über ihnen, hielt aber Abstand. Wahrscheinlich wollten sie sicherstellen, dass das bald aufhörte. Sascha lenkte ihren Blick wieder auf Cal. Sie nahm einen tiefen Atemzug, gab sich aber den Kontrollen des Schiffes hin und versuchte, Cal's wilde Flugmanöver auszugleichen. Immer weiter rasten die beiden Schiffe durch den Raum. Eine nach der anderen erreichten die Raketen ihr Reichweitenlimit und explodierten. Sascha feuerte und feuerte. Mehr und mehr Energiestöße trafen und zermürbten die Schilde des kleinen Jägers. Trunk erwischte die P-52 schließlich mit einem Volltreffer. Die Schilde konnten den Schuss nicht absorbieren. Er schlug in das Triebwerk ein. Cal raste am Sprungpunkt vorbei und zog das Schiff hart nach oben. Sascha blieb an ihm dran. Cal's Schiff wurde immer langsamer. Schließlich konnte ihn der Zielcomputer der Phönix erfassen. Sascha hielt ihr Schiff genau auf Kurs und ihr Finger schwebte über dem Abzug. Der letzte Schuss hätte sein Schiff eigentlich in zwei Hälften schneiden müssen, aber irgendwie hielt es stand. Cal wusste, dass er nur einen Versuch hatte. Er warf einen Blick auf den Sprungpunkt. Eine Caterpillar war soeben dabei, ihn zu passieren. Cal machte einen Rückwärtssalto, drehte sich und stieß von oben in das Tor hinab. Die Phönix fegte an ihm vorbei, der Sprungpunkt öffnete sich, die Caterpillar verschwand darin. Verdammt, murmelte Cal und stürzte durch den Sog selbst in den Sprungpunkt, bevor er sich wieder schloss. Sascha sah fassungslos zu, wie die P52 im Sprungpunkt verschwand. Sagte Trunk über die offene Komm. Schließlich wendete Sascha die Phönix. Sie mussten längst woanders sein. Tschüss. Musik. Musik. Musik.